Herzlich Willkommen in der Downtown of American Subs, hier der Bring the Chaos Booster von ChaosGrew. Gleich vorweg, ich möchte eure Zeit nicht verschwenden, es ist ein solider Booster, er ist ein Kaufwert, er ist gut bewertet, er schmeckt gut und hat gute Inhaltsstoffe, ich habe es schon für euch gecheckt. Und Juklans Regia ist hier zu erwähnen und natürlich Koffein, Naturosin, Theanin, alles dabei, Zitulin, was man braucht. Und ihr macht hier auf jeden Fall nichts falsch bei dem Bring the Chaos Booster. Er hat richtig viele Geschmacksrichtungen, also hier wird es nicht langweilig, wenn ihr den Booster länger benutzen wollt. Dosierung ist ein Löffel und natürlich für Menschen, die nicht oft Booster nehmen, Pre-Workout-Booster nehmen, mit einem halben Löffel anfangen, ist hier meine Empfehlung. Also schaut vorbei bei americansubs.com oder ihr könnt sogar bei uns, bei Twitter, bei Instagram vorbeischauen. Natürlich auch bei Twitter, aber hier jetzt bei Instagram und die neuesten News erfahren. Und über Bodybuilding und die neuesten Supplements. Und dann sage ich bis bald und schaut rein.